Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des TeleStammtisch und den Filmkritiken hier beim TeleStammtisch Ich bin der Andi, der Typ, der hier regelmäßig ziemlich viele Dinge organisiert und vor allem eine Filmredaktion im Blick hat die für euch inzwischen fast 300 Ausgaben in diesem Jahr besprochen hat 300 Ausgaben, die im Schnitt ja auch, na, drei Filme im Schnitt halt eben, ja, zu beinhalten was so ungefähr 900 Filme dieses Jahr ausmacht wenn wir uns noch anschauen, dass da das ein oder andere Filmfestival dabei gewesen ist und wir sonstige diverse Specials am Start hatten haben wir dieses Jahr locker, locker 1000 Filme für euch gesehen und besprochen und das ist wirklich querbeet, alles und jede Menge und total viel und so und auf jeden Fall sind das auch eine Menge Filme, wo man schnell mal den Überblick verlieren kann das bedeutet, dass wir uns hier in einem ganz besonderen Jahr befinden in dem natürlich nicht sonderlich viele Kinogänge möglich gewesen sind aber das Heimkino viel geboten hat, die Streamingportale viel und es so oder so einfach eine riesengroße Menge an Filmen ist, die geguckt werden möchte und das haben wir getan und jetzt ist ja das Jahr 2020 dann doch irgendwie zu Ende gegangen und wir sind sehr gespannt, wie 2021 werden wird aber wir hatten schon irgendwie auch Bock, so einen Jahresrückblick zu machen und dabei hatten wir nicht irgendwie vor naja, einfach so wie alle anderen die Top Ten Filme, die wir geil finden irgendwie aufzulisten und drüber zu sprechen oder so weil, keine Ahnung, also echt jetzt der hundertste Podcaster sein, der euch erzählt, wie toll Tenet ist oder eben auch nicht toll oder was Mulan ist und nicht ist irgendwie, keine Ahnung, da hatte ich keinen Bock drauf also habe ich mal in der Redaktion rumgefragt und habe dann tatsächlich einige Kolleginnen und Kollegen gefunden die Bock hatten, kleine Solos aufzunehmen ganz besondere kleine Empfehlungen für euch da draußen ihr werdet jetzt also die Gelegenheit haben uns dabei zu lauschen, wie wir Filme rauspicken die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat oder hatte Filme, die für uns ganz persönlich Entdeckungen gewesen sind die ihr ja inzwischen im Regelfall auch fürs Heimkino bereits finden könnt und da haben wir jetzt eben hier wirklich eine größere Anzahl an Solos aufgenommen die haben eine Durchschnittslänge von ungefähr drei bis fünf Minuten und ihr habt so nicht nur eine Gelegenheit mitzubekommen was wir an Filmen für euch geschaut haben nein, ihr bekommt auch mal einen groben Überblick darüber wer hier eigentlich Teil dieser Redaktion ist was für Leute das sind, wie die so drauf sind was die gucken, was die nicht gucken und ich glaube, das ist eine ganz coole einfach Jahresabschlussaktion, die wir hier starten für euch da draußen ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das komplett gebt ihr könnt auch in den Kapitelmarken hin und her springen um zu wissen, um welche Filme es eigentlich geht und ja, mich dann natürlich auch sehr freuen wenn ihr in die Kommentare schreiben würdet was für Entdeckungen ihr dieses Jahr hattet wart ihr im Kino, wart ihr nicht im Kino habt ihr was fürs Heimkino gesehen habt ihr in einem der unzähligen Filmfestivals teilgenommen die es dieses Jahr dann trotzdem gab gerade die Online-Ausgaben dieser Festivals waren teilweise ja sehr gefragt und hatten auch das ein oder andere überraschende Element zu bieten und ja, deswegen würde ich mich tierisch freuen einfach von euch zu hören hier kommen jetzt eine Menge coole Beiträge von meinen Kolleginnen und Kollegen dabei viel Spaß und natürlich möchte ich mir auch nicht die Gelegenheit nehmen lassen euch zu erzählen, was mir dieses Jahr besonders gut gefallen hat und starte deswegen jetzt hier gleich mal mit dem ersten Solo dieser Ausgabe mir geht es um The Expanse und The Expanse ist eine Serie, die man vielleicht irgendwie auch kennen könnte denn die lief eine ganze Zeit auf Netflix jetzt läuft sie bei Prime Video gerade in der fünften Staffel ganz aktuell hat sie wieder begonnen und die sechste Staffel ist auch bereits bestätigt die vorerst die letzte Staffel dieser Serie sein wird The Expanse ist eine Science-Fiction-Serie und ich bin schon ein ganz schöner Science-Fiction-Fan ich gucke die meisten Filme und Serien, die es in dem Bereich gibt habe in diesem Jahr natürlich alle großen Serien mitgenommen das sind aus meiner Sicht vor allem natürlich Discovery, Picard das sind ja viele andere Dinge auch gewesen The Orville habe ich zum Beispiel auch erst jetzt nachgeholt ich bin ein riesen Star-Trek-Fan generell The Mandalorian habe ich noch vor mir da habe ich gehört, dass es eine Serie ist die wohl auch ganz gut im Binge funktioniert und The Mandalorian ist für mich auch mehr so eine, sag ich mal Fantasy-Serie mit Science-Fiction-Einschlag da habe ich jetzt nicht so einen Druck die Nacht zu holen ich habe geschaut Another Life ich habe noch vor mir jetzt die Raumpatrouille Orion oder wie sie heißt auf Netflix zu geben und auch noch die eine oder andere Science-Fiction-Serie die da ja am Start ist einfach und da habt ihr mal so einen Überblick auf was ich stehe und The Expanse das war so eine Empfehlung von einem Kumpel der irgendwie auch die Bücher beziehungsweise die Bücher die es schon gibt gelesen hatte und meinte hier irgendwie guck da mal rein da waren schon drei Staffeln draußen und ich hatte angefangen und ich will jetzt nichts zu tun als wäre die Expanse irgendwie eine Serie wo du halt voll im Rausch bist wo du richtig Bock drauf hast wo du sofort reinkommst und weißt hey das ist mein Ding denn gerade so die erste Staffel die zieht schon ziemlich also da sind wirklich Längen dabei die ich im Nachhinein aber verzeihen kann weil sie wirklich ein gutes ja einfach Setting bieten ein gutes Ausgangsszenario und generell möchte ich auch mal meinen dass es eine Serie ist die sich lohnt ja ein zweites Mal zu schauen um einfach von diesem Worldbuilding das da entsteht wirklich nur was mitzubekommen und worum geht es eigentlich ja letztlich ist es eine relativ smarte Serie über die Menschheit in der Zukunft die hat sich aufgeteilt auf wenn man so will drei Planetenbereiche auf die klassischen Erdenbewohner dann gibt es auch einen Großteil der Menschheit der inzwischen auf dem Mars unterwegs ist und sich als Marsianer begreift und dann noch den dritten Teil die Gürtler die Gürtler die sind irgendwie ganz weit draußen im Sonnensystem bauen dort in Asteroiden Feldern und keine Ahnung was für Asteroiden bauen die halt Dinge ab machen so ja keine Ahnung Bergbauarbeiten und so weiter und so weiter auch schon in der keine Ahnung in vierten Generation haben sie sich körperlich entsprechend auch schon angepasst können zum Beispiel auch die hohe Schwerkraft auf der Erde schon gar nicht mehr einfach so überleben und diese drei Fraktionen die interagieren all miteinander im Guten wie im Schlechten die sind zu Beginn der Serie glaube ich komplett im Krieg und das ist schon alles ganz schön krass und übel den hast du nicht gesehen der nimmt so ein bisschen auch an House of Cards gefällt mir wirklich sehr gut aber viel spannender finde ich dass die komplette Serie es drauf hat dieses ganze atmosphärische Setting Weltraum realistisch darzustellen also keine Ahnung sobald du irgendwo außerhalb der Erde bist tragen im Regelfall alle irgendwelche Magnetstiefel damit sie natürlich auf den Schiffen laufen können wie als wäre da irgendwie Schwerkraft wohl nicht überall eben auch Schwerkraft ist denn so Schwerkraft im Weltraum da gibt es jetzt hier keine Schwerkraftgeneratoren an Bord das ist also ganz cool generell die Darstellung keine Ahnung da wird dann wenn du auf dem Mond bist und kippst ein Whisky ein dann fliegt der Whisky natürlich nur so ganz langsam blubberweise ins Glas und das sieht einfach cool aus und gefällt mir wirklich sehr gut also Setting geil und Ausgangsposition ziemlich geil wir haben eine Haupt wenn man so will Crew auf einem Schiff auf die will ich jetzt gar nicht zu weit eingehen entdecke die besser selbst die sind grundsätzlich echt ganz cool und die entwickeln sich auch sehr gut man hat im Laufe der 5 Staffeln auf jeden Fall seine Lieblinge zum jetzigen Zeitpunkt habe ich bereits die Gelegenheit gehabt aufgrund von einem Pressescreener 9 von 10 Folgen der aktuellen Staffel zu sehen wenn das hier rauskommt werden erst so 3-4 Folgen der 5. Staffel raus sein ich werde auch nichts weiter weg spoilern aber möchte sagen dass die Serie wirklich sehr zu unterhalten weiß und wie gesagt die Charaktere sich entwickeln es sieht super aus wirklich spätestens ab Staffel 4 es ist eine wunderschöne Serie die Action im Weltraum funktioniert die ist einfach auch nochmal anders als wir sie aus Star Trek kennen da ist kein Laser kein Torpedo irgendwie hast du nicht gesehen da ballern halt einfach mal Leute mit einer Gatling Gun im Weltraum rum und so das sieht super geil aus die Waffen generell geil ganz tolles Setting und dann ist natürlich das große Thema Protomolekül das ich hier nun mal anschneiden möchte das Protomolekül ist wenn man so will ein ja etwas von einer Alienrasse und von dieser Alienrasse wissen wir auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sonderlich viel wir können so viel sagen dass dieses Protomolekül quasi in unser Sonnensystem kommt und da in jeder Staffel irgendwie eine andere Funktion hat mal ist es eine Seuche mal ist es irgendwie wie ein Ungetümer so ein Monster mal ist es eine Waffe mal und das ist der Teil der jetzt spannend wird öffnet es große Portale irgendwo hin ins Nirgendwo quasi ins Weltraum wenn man so will haben wir große Stargates im Weltraum ist mega geil ich bin total geflasht und finde es äußerst spannend rauszubekommen was da nun los ist was sind das für Aliens warum sind die noch da wo sie sind warum sind sie da vielleicht nicht wie werden sie dargestellt ich finde das super geil da hat uns die vierte Staffel schon sehr sehr viel gezeigt und ja jetzt kommt eben die fünfte Staffel auch auf Prime Video raus und präsentiert uns auch ganz viel gibt viele Fragen viele Antworten ganz neuer Konflikt wird aufgemacht der auch sehr interessant dargestellt wird und diesen politischen Aspekt den es zwischen den drei großen Fraktionen Erde, Mars und Gürtelern gibt der wird nochmal ganz neu ja aufgewärmt und ganz neu und toll und spannend und interessant präsentiert verwoben mit der Hintergrundgeschichte von unseren Hauptcharakteren die wir im Laufe der fünf Staffeln kennengelernt haben wirklich wahnsinnig gut ich bin total angetan und ganz ehrlich ich bin schon ein riesen Star Trek Fan und so zumindest für meine Verhältnisse aber The Expanse ist zum jetzigen Zeitpunkt die beste aktuell laufende Science Fiction Serie ohne Abstriche von allem was ich in diesem Jahr gesehen habe da kann kein PK mithalten kein Discovery mithalten und ich weil ich Mandalorian gehört habe auch nicht unbedingt The Mandalorian mithalten und insofern von mir eine ganz klare Empfehlung dass ihr euch unbedingt The Expanse anschaut komplett kostenfrei auf Prime Video inzwischen und ich bin sehr gespannt wie es nach der sechsten Staffel weitergeht denn die Serie findet dann erstmal ein vorzeitiges Ende die Bücher gehen noch super mega viel weiter und ich könnte mir zumindest diverse Spin-Offs noch vorstellen ich würde mich freuen hier mit dieser Empfehlung auch ein bisschen mein Herzblut für die Serie mitteilen zu können mitgeteilt gehabt zu haben gedurft dünns und wäre voll cool wenn ihr mal in die Serie reinschaut und mir vielleicht mal Feedback gebt ob sie euch gefallen haben vielen Dank fürs Zuhören jetzt viel Spaß mit den ganzen anderen Solos bis zum nächsten Mal Ciao Hallo auch von mir liebe Stammtischhörer ich bin Lasse Vogt und meine große Filmempfehlung des Jahres ist Wolfwalkers vielleicht seid ihr schon mit dem Output des irischen Animationsstudios Cartoon Saloon vertraut wie etwa das Geheimnis von Kelz und die Melodie des Meeres aber meiner Meinung nach haben sie sich vollkommen selbst übertroffen mit Wolfwalkers entstanden unter der Regie von Tom Moore und Ross Stewart die Story handelt von der jungen Tochter eines Jägers welche in den Wäldern des irischen Kilkenny im Jahre 1650 einem Mädchen begegnet welches zu dem Volk der Wolfwalkers gehört allerdings sind die englischen Besatzungssoldaten unter dem Lord Protector den Wölfen feindlich gesinnt und wollen diese vertreiben oder gleich beseitigen dieser Konflikt stellt die wachsende Freundschaft der Mädchen auf eine harte Probe und dann tritt auch noch eine neue Komplikation auf wie schon in den vergangenen Werken von Cartoon Saloon wird hier irische Folklore in eine Story verpackt deren Grundzüge dem Zuschauer halbwegs vertraut sein dürften aber der Film schafft es diese auf eine Weise zu erzählen die sehr frisch wirkt zumal es im weiteren Verlauf auch zu einigen Überraschungen kommt visuell ist der Film grandios mit wunderschöner handgezeichneter 2D-Animation welche abstrakte und verschlungene Linien mit einem sehr distinktiven Charakterdesign und beeindruckenden Hintergründen und Farben verbindet das Voice Acting ist ebenfalls fantastisch jeder einzelnen Figur wird durch die jeweilige Stimme viel Persönlichkeit und auch Tiefe verliehen wobei ganz besonders Sean Bean als Jäger Bill Goodfellow in einer warmen und vielschichtigen Performance heraussticht wir können diese Charaktere sehr schnell verstehen und ihre Motivation nachvollziehen selbst diejenige von Simon Beck Bernie's Lord Protector welcher seine nahezu fanatischen Züge erst später in den Vordergrund treten lässt Honor Niefsi als Jägers Tochter Robin und Newcomerin Eva Whittaker als Wolf-Walker-Mädchen Mab sind ebenfalls hervorragend besetzt und machen die Verbundenheit der Mädchen jederzeit greifbar der atmosphärische Score von Bruno Collet in Zusammenarbeit mit der Volkband Kieler sorgt zusätzlich dafür dass viele Sequenzen emotional mächtig einschlagen und dazu trägt auch ein großartiger Song bei und zwar von Aurora ein Neuarrangement des Songs Running with the Wolves Tonight von 2015 der Film besticht durch große kunstvolle Schönheit gewaltige Gefühle und auch einige düstere Szenen welche das Drama ordentlich in die Höhe treiben das Ergebnis ist ein Film welcher garantiert Zuschauern jeden Alters in sein Band schlagen wird ein märchenhaftes audiovisuelles Wunderwerk welches mich verzaubert hat wie kein anderer Film dieses Jahres mir kamen mehr als einmal die Tränen und ich kann euch gar nicht genug empfehlen den 7-Tage-Free-Trial von Apple TV Plus zu nutzen und Wolfwalkers zu sehen ihr werdet es garantiert nicht bereuen vielen Dank fürs Zuhören ich hoffe ich habe euch neugierig auf den Film gemacht und wünsche euch trotz allem einen hoffentlich geruhsamen und glücklichen Start ins neue Jahr ich freue mich auf die kommenden Besprechungen und sage bis dann Ja hallo ihr lieben Menschen da draußen willkommen zu einem Spezial vom Tele-Stammtisch wir erzählen euch hier in kleinen Episoden etwas zu unseren Besonderheiten besonderen Filmen dieses Jahres Empfehlungen die vielleicht nicht auf jeder besten Liste stehen und ich habe mir da einen ganz speziellen Film rausgesucht ich sage mal ein Subgenre das bestimmt nicht jeder jeden Tag schaut aber für Freunde des gepflegten Dokumentarfilms mit einer Prise Emotionen ist dieser Film genau das richtige ich rede von Mein Lehrer der Krake eine Netflix Dokumentation aus diesem Jahr gedreht in Südafrika und Regie von Pippa Ehrlich und James Reed ja um was geht es das ist eigentlich ziemlich schnell gesagt es geht um einen Filmemacher der ziemlich erschöpft ist vom Leben der einfach eine Auszeit braucht und eines Tages dann beschließt seine schon immer bestehende Verbindung zum Ozean wieder aufzubauen und jeden Tag tauchen zu gehen und bei diesen Tauchgängen freundet er sich mit einer Krake an und das klingt total langweilig ist aber in super schönen Bildern eingefangen ich denke mal geübte Dokumentarfilmschauer werden ähnliches schon mal gesehen haben rein von den Bildern her ich schaue jetzt nicht so viele Unterwasser Dokus deswegen hat mich das von Anfang an total mitgenommen und vor allem wie sich da eine richtige Freundschaft entwickelt ist total spannend mit anzugucken das macht Spaß und James Reed der Protagonist des Ganzen und auch der Erzähler hat ein wenig Kritik einstecken müssen also die wenige die es gab hat sich an ihn und seinen Erzählstil gerichtet und wie er manchmal über die Situation berichtet war einigen etwas zu unnatürlich und etwas zu dick aufgetragen mir hat das sehr gut gefallen mich hat er mitgenommen und mich hat das Ganze sehr gepackt und ich fand auch die Frage die er sich gestellt hat darf ich denn eigentlich eingreifen wenn die Krake mit ihrem Fressfeinden ums Überleben kämpft ist das ein Bereich wo ich dann vielleicht schon einen Schritt zu weit gehe als Mensch von außen der ja dort unten eigentlich nur eine Art Besucher ist das fand ich spannend denn er hatte ja schon eine gewisse Verbindung zu der Krake aufgebaut und dann halt zuzugucken wie sie vielleicht stirbt das ist halt schon was was einen dann auch mitnimmt und irgendwie treffen kann und das ist wie gesagt in tollen Bildern eingefangen das ist mal irgendwie was ganz anderes und mich hat der Film von vorne bis hinten die ganzen 85 Minuten lang Auf auf eine Reise ins Unterwasser reich mitgenommen und mich unglaublich gut unterhalten ich kann es jedem nur empfehlen der mal was anderes sehen möchte und wer noch den letzten Kick in diese Richtung braucht und ein bisschen was auf ja auch die Ansichten anderer Film Gucker gibt dem kann ich sagen auf der Seite moviepilot.de auf Platz 3 der besten Filme des Jahres nach der Community Wertung gerankt gelandet also wenn das jetzt nicht nochmal ein Ansporn sein sollte dann weiß ich auch nicht ich hoffe ich habe euch damit einen kleinen Schubs in diese Richtung gegeben habt viel Spaß lasst euch ein bisschen ablenken in diesem doch sehr anstrengenden Jahr 2020 und wir hören uns demnächst vielleicht ja bei meinem Podcast Steven Spoilberg zusammen mit meinem Kumpel Berg Bis dahin Tschüssikowski So jetzt bin ich Jahreshighlight zu nennen und kein Film mein Highlight dieses Jahr war dass ich hier beim Telestammtisch anfangen durfte als Podcaster und endlich mein Hobby als Filmen Nerd auch in irgendeiner Form zu zelebrieren zu feiern dann wäre eigentlich wenn ein Marvel Film gekommen wäre da ich ein riesen Marvel Nerd bin ein Marvel Film hier an der Reihe da dieses Jahr aber kein Marvel Film erschienen ist und ich auch andere Filme natürlich geschaut habe schlage ich euch heute den Film Knives Out Mord ist Familiensache dieser Film lief ab 2. Januar 2020 im Kino lief also eine Weile noch bevor die Kinos zugemacht worden sind und da habe ich diesen geschaut dieser Film ist von Rian Johnson naja eine sagt so oder andere sagt so zu diesem Herrn ich persönlich fand dass er Star Mowers jetzt nicht so unbedingt gut getan hat hier bei Knives Out macht er aber einen richtig gutes Geschäft beziehungsweise guten Eindruck dieser Film Knives Out ist natürlich groß besetzt unter anderem haben wir Daniel Craig Chris Evans Anna 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 Amas Jamie Lee Curtis Michael Shannon Don Johnson Tony Collette und viele viele weitere in diesem Film geht es im Großen und Ganzen darum dass ein Kriminalautor gespielt von Christopher Plummer morgen nach seinem 85. Geburtstag tot aufgefunden wird nun ist es halt so die ganze Familie war hier vor Ort und man ist sich am Anfang nicht so ganz sicher wer diesen ob das ein Mord war wer den Mord begann hat daher kommt dann die örtliche Polizei dazu unter anderem natürlich auch noch ein Privatdetektiv Benoit Blanc gespielt von Daniel Craig der das ganze auflösen möchte hier bei diesem Film merkt man stark dass die Schauspieler richtig Bock drauf hatten Daniel Craig ist überzeugt mit seinen schauspielerischen Leistungen Jamie Lee Curtis alle man merkt den richtig an dass sie voll Bock hatten auf diesen Film nun gut der eine möchte jetzt sagen oder der andere dass dieses Genre dieses Detektiv man löst ein Mord auf und so ein bisschen abgegriffenes und nichts Neues ist hier finde ich allerdings dass der Film eigentlich sehr spannend ist also ich hatte sehr viel Spaß damit und daher ist dieser Film Knives Out Mord ist Familiensache richtig gut und möchte ihn hiermit empfehlen mittlerweile gibt es den auch auf Blu-ray und DVD also ihr könnt ihn natürlich kaufen als Disc Version mit Sicherheit gibt es den auch schon auf irgendwelche Online-Diensten wie Netflix etc. pp und schaut ihn euch an er macht richtig Spaß also im Kino hatte ich auf jeden Fall Spaß ich hatte mir nachher dann auf dem Heimkino auch nochmal angeschaut ich hatte mit diesem Film unheimlich viel Spaß so das war es von mir ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr hoffe dass 2021 viel viel besser verläuft als dieses Jahr und bleibt alle gesund in diesem Sinne bis zum nächsten Mal ciao ciao liebe Freunde des guten Geschmacks ich bin Hanna und ich möchte euch heute einfach nur einen richtig guten Film empfehlen wer die Podcast Folge von mir und Thilo damals gehört hat weiß schon dass der Film Blackbox bei mir volle 5 Sterne abgesahnt hat falls ihr die Folge nicht gehört habt fasse ich es nochmal kurz zusammen für euch der Film Blackbox ist dieses Jahr am 6. Oktober auf Amazon Prime erschienen und hat eine Laufzeit von 1 Stunde 40 der Regisseur war Emanuel Osei Kufour und der Hauptdarsteller ist Mamoudou Ati dieser spielt den Vater Nolan der nach einem Autounfall nicht nur seine Frau sondern auch sein Gedächtnis verloren hat Nolan lebt mit seiner Tochter Ava zusammen die ihn bei dem Unfall im Alltag unterstützt beim Versuch sein Gedächtnis wieder zu erlangen trifft er auf eine Ärztin die versucht ihn mit einer Maschine der Blackbox zu heilen doch sein Unterbewusstsein kämpft dagegen an genremäßig ist der Film Richtung Horror Thriller Sci-Fi angesiedelt aber es handelt sich jetzt nicht um einen klassischen Horrorfilm würde ich jetzt so auf jeden Fall nicht behaupten also schauspielerisch und optisch hat mich dieser Film absolut überzeugt weil davon abgesehen dass ich den Hauptdarsteller ziemlich attraktiv finde bringt er auch einfach wirklich eine überzeugende schauspielerische Leistung also es ist wirklich einfach nur richtig gut gespielt er hat mich vom ersten Moment an mitgerissen ich hab ich hab dem Mann alles abgekauft natürlich auch den anderen Schauspielern aber er ist halt einfach die Hauptperson und er macht das wirklich einfach nur richtig gut ich muss auch sagen ich fand es wirklich erfrischend dass es jetzt kein Standardfilm war der von lauter weißen Leuten gespielt wird und auch nur von A-Promis und das war schön dass es in diesem Film irgendwie mal anders war der Film wird hauptsächlich von People of Color gespielt und irgendwie fand ich das mal erfrischend anders es hat mir echt gut gefallen und irgendwie hab ich dann so gedacht ja warum ist das eigentlich nicht öfter so irgendwie fand ich einfach fand ich einfach gut ja und das sind jetzt dadurch dass auch nicht nur so A-Klasse Schauspieler sind kam mir jetzt ehrlich gesagt keiner von den Schauspielern so groß bekannt vor also ich glaube ehrlich gesagt ich hab noch von keinem von den Schauspielern irgendwas gesehen also wüsste ich jetzt zumindest nicht aber das tut der Sache keinen Abbruch die machen wirklich alle einen tollen Job der Film hat mich mit auf eine Reise genommen und der hat mich auch gleich ziemlich gefesselt ich hab Angst gehabt ich hab geweint ich hab den Film einfach nur geliebt auch beim zweiten Mal schauen ich hab jetzt für die Podcast-Folge den Film mir extra nochmal angeguckt war der Film jetzt auch nicht langweilig dass ich so gedacht hätte ja okay du guckst jetzt den gleichen Film nochmal ich meine es ist jetzt natürlich auch schon ein paar Monate her dass ich den Film geschaut hatte aber es war trotzdem so dass man immer nochmal denkt ah okay und dass man dann versucht die Puzzleteile in seinem Kopf nochmal ein bisschen zusammenzufügen schon mal wenn man schon genau weiß was passiert ich spoiler nicht keine Angst dieser Film lebt davon dass du nicht gespoilert bist deswegen also ich finde man kann ihn sich auch öfter wirklich angucken ich hatte damals direkt nachdem ich den Film geschaut hatte für den Podcast habe ich den Film weiterempfohlen und ich habe ihn meiner Schwester unter anderem weiterempfohlen und die hat sich den Film dann kurze Zeit später angeguckt und am Anfang hatte sie mir dann währenddessen geschrieben so Gott hast du mir jetzt gerade etwa einen Horrorfilm angedreht weil der Film natürlich schon ein bisschen in die Richtung geht aber nein es war kein Horrorfilm und ihr Endresümee war dann Bro ich bin am heulen was ein guter Film und ja was soll ich sagen das fasst meine Emotionen ganz gut zusammen danke dafür in der Podcast nicht unterschreiben ich glaube ich glaube so ein bisschen Inspiration holen war da definitiv im Spiel aber ich fand es wirklich überhaupt nicht schlimm mir haben beide Filme wirklich gut gefallen für mich war es jetzt dadurch dass ich zuerst Blackbox gesehen habe und danach Get Out so dass ich auch andersrum hätte sagen können ah ja okay da haben die die Idee her nein aber das ist nicht der Fall also es sind einfach zwei unterschiedliche Filme und man sollte sie auch unterschiedlich betrachten also wenn ihr Lust auf einen guten und spannenden Film habt schaut euch Blackbox auf Amazon Prime an Einen wunderschönen guten Tag ich bin der René von Renés Nerd Cave und ich wurde gefragt welchen Film aus 2020 ich euch denn mal vorstellen möchte dabei geht es jetzt weniger um meinen Top Film des Jahres sondern einfach um einen Film der mir relativ gut gefallen hat und meine Auswahl ist nach ein wenig Bedenkzeit auf einen Film gefallen den ich beim Telestammtisch sogar schon mal vorgestellt habe die Rede ist von Come to Daddy der Film wurde zwar 2019 bereits gedreht kam aber erst dieses Jahr hier in Deutschland in den Handel lief auch auf ja wie man es eigentlich aus dem Genre kennt auf diversen Filmfestivals und ja erlangte eigentlich relativ relativ gute Beliebtheit würde ich mal behaupten der Film ist mit Elijah Wood den die meisten wahrscheinlich in seiner Paraderolle als Frodo in die Herr der Ringe Filmen und so weiter kennen oder als Kevin in Sin City wo er persönlich eigentlich sogar meine liebste Rolle aus seinem Repertoire gespielt hat aber lange Rede kurzer Sinn in Come to Daddy geht es um einen Mann gespielt von Elijah Wood der seinen Vater besuchen möchte und sein Vater ja der wohnt ziemlich abgeschieden an einer ja beziehungsweise in einer Küstenstadt direkt am Meer hat ein optisch sehr ansprechendes Haus muss ich sagen was die ganze Story so seltsam macht beziehungsweise die Handlung als solche sein Vater und er stehen ja nicht gerade in engstem Kontakt also das letzte Mal haben sie sich als Kind gesehen und seitdem ist halt allerhand passiert und dann dachte er sich so komm besuche ich ihn doch einfach mal ja was sehr schön hätte enden können ist in ein ja kann man so sagen ist in einem Blutbad geendet die Story ist jetzt natürlich nicht ja verdient keinen Oscar also ich sag wie es ist trotzdem muss ich sagen dass mich der Film extrem gut unterhalten hat das liegt zum einen daran dass Elijah Wood sich mittlerweile wirklich sehr sehr im Genre Film einfach zu Hause fühlt und das merkt man hier wieder aufs Neue also was er in den letzten Jahren gemacht hat spätestens seit er in Alexandra Arjas Maniac Remake gespielt hat der Mann kann Genre der Mann fühlt sich dort sehr wohl und ist mittlerweile abseits von den großen Produktionen aus Hollywood da er sehr hochwertige Filme liefert im Genre selbst also sei es jetzt das Horror Genre als solltest oder Home Invasion Slasher muss ich sagen steht ihm das alles sehr gut deswegen finde ich das auch vollkommen legitim Wood hat sogar seine eigene Production Company in dem Bereich also der Mann weiß was er tut und der Film hat natürlich zwei, drei ja Längen ist jetzt kein perfekter Film aber in einem Jahr was nicht allzu viel Output hatte was neue Filme angeht muss ich sagen dass er auf jeden Fall ein Lichtblick war und ich hab's nicht bereut den Heimkinostart gekauft zu haben direkt vorweg am Releasetag Genre-Fans werden auf jeden Fall sehr, sehr gut unterhalten und der Film ist ab 18 freigegeben Anne Thompson der Regisseur hat jetzt hier auch nicht also es ist kein riesen Blutbad es ist kein großes Gemetzel aber wenn's dann mal blutig wird dann auch relativ deftig deswegen auch nix für ja allzu schwache Nerven der Film hat einen relativ okayen Score ist jetzt auch nix was ein Oscar verdient hätte aber relativ atmosphärisch der Film ist natürlich ein bisschen strange aber das steht ihm auch relativ gut deswegen kann ich nur sagen wer auf ja den etwas anderen Horrorfilm steht den etwas anderen Horror Thriller ich glaub so kann man's ganz gut einordnen der wird hier mit Come to Daddy auf jeden Fall sehr gut unterhalten wer das Ganze nochmal ein bisschen ausführlich haben möchte der kann auf jeden Fall nochmal im Telestammtisch Repertoire meine Kritik anhören ansonsten kann ich nur sagen guckt euch den Film an lasst euch gut unterhalten und ja abschließend möchte ich noch sagen das nächste Jahr kann nur besser werden und ich bin schon sehr gespannt was wir dort für Filme haben ich denke mal wir sehen uns dann genau dieser Stelle wieder und ich sag mal einen guten Rutsch und bis demnächst Hallo hier ist Mo vom Telestammtisch während meine Frau unten malt und die Hunde vor dem Ofen liegen nehme ich mir mal ein paar Minuten Zeit und rede über The Gentleman Guy Ritchie ist ein besonderer Fall die Zahl der Filme die alle lieben ist wahrscheinlich genauso groß wie die Zahl der Filme die ein Griff ins Klo sind und allen voran wahrscheinlich die schlimmste Tat seinerseits an Kino Swept Away mit der nutzlosen Madonna das war lange her 18 Jahre genau und durch Januar 2020 erschien The Gentleman und Guy Ritchie war wieder da und er war wieder gut und erfolgreich ich mochte auch die Filme davor King Arthur Legend of the Sword ist ja klar mit großem Budget ist das ein Guy Ritchie Film der leider gefloppt ist und dann kam eine Gurke die ihn plötzlich wieder so interessant gemacht hat dass er drehen konnte was er will die Gurke namens Aladdin ein Real Life Film weil dies ja gar nichts mehr einfällt als die alten Quäker zu nehmen und in Real Life Filme zu verwandeln ich finde das super schnarch aber ja die Leute mochten es es war erfolgreich ja und so konnte Guy Ritchie ein paar Millionen nehmen und seinen neuen Film drehen und der bringt ihn zurück an seine oft zitierten Wurzeln das in London ansässige Verbrechermilieu das kennen wir schon seit Lockstock und Two Smoking Barrels Snatch und auch Rock'n Roller den ich auch großartig finde das Ganze ist eine unterhaltsame Mischung aus Verschwörungen farbenfroher Kriminelle einen Haufen cooler Dialoge und halt Schauspieler die einen tollen Job machen die Geschichte ist ziemlich simpel der Amerikaner Mickey Pearson wird hier gespielt von Matthew McConaughey hat einen Abschluss in Oxford gemacht und schon dort begonnen seine Geschäfte aufzubauen indem er sein Dope an die noblen Studenten verkauft hat und so hat er im Grunde sein Grasimperium auf den Schultern der schmutzigen reichen und schönen Großbritanniens aufgebaut weil er da aber furchtbar 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 verliebt ist und sich der Liebe seines Lebens mehr widmen möchte hat er jetzt vor seine Grasfarmen zu verkaufen und neben einem jüdischen Investor bekommen auch andere zwielichtige Typen mit dass da was passiert und dann ist da auch noch dieser Möchtiger ein Detektiv der aus dieser ganzen Geschichte wer hat wann wem was wie wo gegeben und verkauft ein Buch machen will ein paar Charaktere bleiben hinter dem was sie sein könnten zurück und andere Versatzstücke bekommen zu viel Aufmerksamkeit doch am Ende kann man sagen dass es trotzdem viel Spaß macht das ist ein typischer Ritchie Stil Film und Matthew McConaughey Hugh Grant Charlie Hunnam die reizende Michelle Dockery und Colin Farrell machen ja einen tollen Job das ist einfach charmant anzugucken an einigen Stellen will Ritchie vielleicht ein bisschen zu viel die witzigen Untertitel die anderen fast Tarantino artigen Abschweifungen YouTube Kommentare etc das ist manchmal fehl am Platz und wirkt dann auch nicht originell aber man erkennt halt seinen Fingerabdruck und viele dieser Dinge die er in diesem Film wieder einbaut hat er tatsächlich auch schon in seinen Erstlingswerken gehabt das muss man ihm hier einfach mal als Credit geben deswegen im Januar 2020 erschienen vielen vielleicht schon gar nicht mehr auf der Scheibe ist bei diversen Streaming Anbietern zu sehen The Gentleman von Guy Ritchie und weil's so schön war gleich nochmal es sei denn mein erster Kast landet hier gar nicht das Risiko gehe ich ein hier ist nochmal Mo nochmal mit einem Tipp für einen Film der Unsichtbare von Lee Wannell mit der großartigen Elizabeth Moss im Februar rausgekommen ist es eine Upgrade-Version einer tatsächlich schon 123 Jahre alten Geschichte doch diesmal ist es fast unerträglich spannend thematisch sehr reichhaltig und erschreckend aktuell die Story kurz nachdem Cecilia gespielt von Elizabeth Moss eine missbräuchliche Beziehung mit Adrian verlassen hat fühlt sie sich für kurze Zeit frei denn zwei Wochen nach ihrer Flucht begeht Adrian scheinbar Selbstmord und hinterlässt ihr zudem 5 Millionen Dollar als Erbe als dann aber eine Reihe von seltsamen Vorgängen und Zufällen geschehen muss sie beweisen dass sie nicht verrückt wird dass sie tatsächlich von einem unsichtbaren Mann verfolgt wird in seiner ersten Verfilmung auch schon von 1933 spielte Claude Rains den Dr. Jack Griffin als verrückten Wissenschaftler der vorher zwar rational aber dann durch ein Serum verrückt gemacht wurde und dieses Serum konnte den Brechungsindex seines Körpers verändern und so wurde er unsichtbar bei diesem Reboot der Geschichte ist kein Serum sondern ja das sage ich jetzt nicht der wichtigste Unterschied jedoch ist dass der Mann der hier unsichtbar wird vorher auch schon ziemlich mies war und dass das Ganze zu einem häuslichen Missbrauchsfall wird es angesichts der MeToo Ära sehr aktuell und allseits präsent hier ist das Unsichtbarkeitskonzept ein zwingendes geeignetes Mittel um missbräuchliche Beziehungen Agoraphobie Angstzustände Zweifel und toxische Männlichkeit zu untersuchen die hier gezeigten Schrecken wirken real sind universell unangenehm das macht es für manche wahrscheinlich auch sehr sehr unangenehm im Filmerlebnis da der unsichtbare Mann für den größten Teil des Films seinen Namen ziemlich treu bleibt ist es eher die Perspektive der Missbrauchten die wir hier sehen in dieser Hinsicht war es ein kluger Schachzug Elisabeth Moss zu besetzen eine Schauspielerin die bereits in Mad Men und vor allem in The Handman's Tale ihr Talent zeigte extreme Verletzlichkeit und Belastbarkeit gleichzeitig darzustellen sie arbeitet hier mit voller Wucht oft ist es nur sie und die Kamera ihre Blicke und die Darstellung der Angst die Art und Weise wie sich The Invisible Man abspielt hat etwas von Hitchcock Cecilia ist die Figur an die niemand glaubt sie ist schnell als überlastet ausgebrannt und verrückt abgeschrieben während sich seltsame Ereignisse um sie herum ansammeln und nur sie scheint diese wahrzunehmen sie weiß tief in ihrem Bauch dass sie einem extrem psychologischen Krieg ausgesetzt ist den nur sie kämpfen kann all diese Elemente sind gekonnt in kleinen Horror Versatzstücken verteilt und der Regisseur entscheidet sich hierfür eher traditionelles Filmhandwerk gegenüber den momentan aktuell sehr gern benutzten modernen visuellen Effekten sein Ansatz sind einfache Kamerabewegungen Großaufnahmen der Hauptdarstellerin und die dauernde Androhung von etwas Unsichtbarem dieser subtile Ansatz geht auf ist unglaublich effektiv und erinnert daran dass Horror nicht immer hektisch sein muss um Angst zu erregen erst im letzten Drittel wenn wir den Unsichtbaren tatsächlich als Mann wahrnehmen schaltet der Regisseur einen Gang hoch und folgt mit der Kamera auch moderneren Bewegungen es gibt diverse Schockmomente es gibt mindestens einen atemberaubenden Moment der richtig schockiert es gibt einen provokanten Epilog und am Ende den Reboot einer alten Geschichte der wirklich gut gelungen ist mit nur ungefähr 7 Millionen Kosten und fast 140 Millionen Umsatz ist der Unsichtbare der Grund warum es das sogenannte Dark Universe wohl nun doch geben wird alte Monster und Gruselgeschichten im neuen Gewand wenn die folgenden Filme auch so klug und spannend umgesetzt werden da kann man sich auf einiges freuen schaut euch einfach der Unsichtbare nochmal an ein freundliches Hallo an alle da draußen hier ist der Berg vom Podcast Steven Spoilberg und ich begrüße an dieser Stelle natürlich alle Hörer und Hörerinnen vom Tele-Stammtisch und freue mich dass ich heute auch was beitragen darf und zwar haben wir uns ja in der Redaktion gesagt jeder bespricht mal einen Film den er irgendwie im Jahre 2020 für besonders erachtet und da habe ich folgenden mitgebracht und zwar Master Cheng in Poyanyoki ein Film über den wahrscheinlich kaum jemand stolpern wird den wahrscheinlich auch sich niemand anguckt wenn er nur den Titel liest aber das ist ein großer Fehler denn ich habe ihn damals in der Sneak Preview sehen dürfen und habe ihn auch beim Tele-Stammtisch zusammen mit den geschätzten Kollegen Mo besprochen und möchte jetzt berichten davon und zwar ist das eine chinesisch-finnische Produktion was ja schon mal relativ besonders ist spielt in Finnland und zwar kommt der chinesische Koch Cheng zusammen mit seinem Sohn nach dem Tod seiner Frau nach Finnland und zwar mitten in die Pampa in das kleine Caf Poyanyoki und dort gibt es nicht viel dort gibt es einen großen Imbiss Circas Imbiss dort strandet er mit seinem Sohn und wartet und ist die ganze Zeit auf der Suche nach einem sehr ominösen Herrn den dort niemand zu kennen scheint namens Phongtron er fragt alle die dort hinkommen tagsüber die dort essen er fragt die Besitzerin er fragt alle möglichen Leute die dort sich irgendwo hin verirren aber niemand scheint diesen Mann zu kennen und so ist er gezwungen mit seinem Sohn dort irgendwie zu verweilen um dann später vielleicht doch noch auf den Herrn Phongtron zu treffen und bekommt auch dort Asyl von der Besitzerin und im weiteren Verlauf fängt er dann auch an in diesen kleinen Imbiss zu kochen und das Ganze dort aufzumischen soweit zur Handlung des Films man kann auf jeden Fall sagen es ist eine Tragik Komödie mit sehr sehr vielen Feelgood Vibes es ist das typische Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen hier eben die chinesische und die finnische was wunderbar funktioniert das kriegt mich sowieso immer irgendwas was in dieser Art abläuft das hat so viel Verständigung so viel Vielfalt in den Kulturen und im Zusammenleben im Humor in der Lebensweise in der Philosophie das ist hier alles dargestellt das macht sehr sehr großen Spaß und das Ganze wird vor allen Dingen im Bereich der Kulinarik ausgetragen Master Cheng ist ja hier ein Meisterkoch der anfängt hier mal was ganz anderes zu machen in diesen kleinen finnischen Ort und ihn vor allen Dingen für chinesische Touristen zur absoluten Attraktion zu machen denn die bekommen dort ihr traditionelles Essen serviert und daraus entsteht eine Geschichte die natürlich man erwartet mit einer Liebesgeschichte einhergeht und das Ganze wird aber zwar seicht und vorhersehbar abgehandelt aber das ist an der Stelle völlig egal denn es ist ein wunderbarer Film der super Landschaftsaufnahmen hat der dieses nötige Herz hat der immer Gefühl und Emotion reinbringt und vor allen Dingen auch Hunger macht und die ganzen kulinarischen Weisheiten aus der chinesischen Ying und Yang Philosophie und das alles in Balance sein muss wird da alles schön mit eingearbeitet das macht das Ganze zu einem wirklich spaßigen runden Film der ans Herz geht den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte also Master Chang in Po Yan Yogi gerne mal reinschauen Empfehlung vom Berg vom Podcast Siebens-Beuberg hier für den Telestammtisch Ich bin draußen macht's gut Hallo hier ist Paul und auch ich habe euch eines meiner Highlights des Filmjahres 2020 mitgebracht und ja dieses Jahr landen für mich vor allem Filme ganz oben die ich anfangs des Jahres noch nicht auf dem Schirm hatte und die sich erst übers Jahr herauskristallisiert haben die ich entweder dann im Streaming Angebot oder auch auf Online Filmfestivals gefunden habe und die dann trotz der vielen Film- und Kinoverschiebungen irgendwie kaum Aufmerksamkeit bekommen haben Der Film den ich mitgebracht habe ist Sommer der Krüppelbewegung eine Dokumentation die auf Netflix erschienen ist und die zunächst die Geschichte eines Sommercamps für behinderte Jugendliche erzählt und dann mit zunehmender Laufzeit ja in einer gesellschaftlichen Revolution mündet produziert ist das Ganze unter anderem von Michelle und Barack Obama und Regie führten Nicole Newham und James Lebrecht Normalerweise bin ich kein Fan von Dokumentarfilmen meistens schaue ich hier welche für den Telestammtisch und bin dann so mäßig begeistert dass entweder an meinem Interesse vorbeigeht oder dieses nüchterne Fakten basierte mich anödet es ist schlicht und einfach nicht mein liebstes Film Genre ja und dann kommt der Film wie Crip Camp also Sommer der Krüppelbewegung im Mantel eines Dokumentarfilms daher und flasht und berührt mich wie kaum ein anderer an sich ja schon eins wo ich nichts kaltherziges erwartet habe aber die Art und Weise wie dieser Film die Geschichte einfängt die finde ich bemerkenswert denn im Grunde lässt sich hier eine filmische Struktur erkennen ohne nachgestellte Szenen zu haben wir haben Hauptcharaktere die im ersten Akt im Sommer Camp eben vorgestellt werden und die einen Werdegang aufzeigen die eine Entwicklung haben wir haben einen Spannungsaufbau wir was geht eben diese Bürgerrechtsbewegung in den USA die versuchte eben unter anderem Barrierefreiheit und insgesamt bessere Lebensbedingungen für Millionen von Amerikanern zu erreichen und wir haben auch stilistische Mittel schöne Musik die Einbindung alter Aufnahmen und auch eine Atmosphäre die einen einlädt an der Geschichte dieser Menschen teilzuhaben und über all dem schwebt natürlich diese starke Botschaft Menschen mit einer Behinderung als Menschen in der Gesellschaft anzunehmen sie nicht zu diskriminieren oder zu diskreditieren eine Botschaft die schon so allein wichtig ist und die den Zuschauer auch immer wieder dabei erwischt ja sich auf etwas für ihn Ungewohntes einlassen zu müssen hier kommen die Menschen selbst zu Wort und das nicht nur für ein paar Minuten sondern eben begleitend als Erzähler und Beobachter über den ganzen Film hinweg und selbst wenn man sie nicht versteht wenn sie von Untertiteln begleitet werden oder sie nur sich durch Geräusche ausdrücken können sie werden gehört und ihr Wort wird unbearbeitet an die Zuschauer transportiert nicht nur ihre Worte natürlich auch ihre Taten ihre Freuden und dadurch entstehen solche herzlichen und ja zutiefst menschlich berührende Momente dass ich sie förmlich versucht habe aufzusaugen weil sie vielleicht dieses Jahr dann doch irgendwo zu kurz gekommen sind dieser Dokumentarfilm ist aber auch so fröhlich und hoffnungsvoll wie auf der anderen Seite manchmal erschreckend und bedruckend erschreckend zum Beispiel wenn man die Ignoranz großer politischer Persönlichkeiten sieht oder die alltägliche Diskriminierung vor Augen geführt oder gar Einblicke in eine Einrichtung mit unfassbar unmenschlichen Bildern bekommt aus jeder dieser bedrückenden Momente versucht sich der Film damit Kraft wieder freizuschlagen er lässt es nicht liegen er nimmt es mit und versucht ja daraus stärker zu werden eben genau wie diese Bewegung Sommer der Gruppe Bewegung zeigt für mich viele emotionale Seiten und immer dann packen mich Dokumentarfilme und schaffen es mich auch über anderthalb Stunden ich glaube sogar nach länger mitzunehmen ja das ist also ein Film der mir dieses Jahr sehr gut gefallen hat ich bin selbst ein bisschen überreicht dass ich mir hier einen Dokumentarfilm hierfür ausgesucht habe ja aber wer weiß schon wann mich mal wieder einer so nachhaltig beeindruckt ich bin mir sicher und ich habe auch schon ein bisschen durchgeschaut ein paar der anderen Kolleginnen und Kollegen haben auch fantastische Filme ausgesucht über die ich ebenso gerne hätte sprechen wollen habe ich aber nicht aber wenn ihr weiterhört gibt es da sicherlich noch den ein oder anderen ich sage jetzt nur noch wenn euch dieser kleine Teaser hier etwas zugesagt hat dann schaut bei Netflix vorbei oder hört in die Besprechung zu Sommer der Krüppelbewegung beim Telestammtisch rein da haben Eva, Max und Stu drüber geredet und eine tolle Besprechung dazu aufgenommen ich wünsche euch ein tolles und vor allem gesundes Jahr 2021 und bin dann hier erstmal fertig tschüss und bis zum nächsten Mal ja moin hier ist Matthias für euch vom Telestammtisch und ich freue mich euch heute nochmal einen letzten Film im Jahr 2020 präsentieren zu dürfen im Rahmen unseres Best of 2020 Special ja und das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr nicht zuletzt auch mit Blick auf das was man so an filmerischen Darbietungen geboten bekommen hat ich habe mir für euch einen Schmankerl wie ich finde nochmal rausgesucht nämlich den Film Einfach das Ende der Welt manche von euch werden jetzt denken naja Einfach das Ende der Welt guter Film aber den habe ich doch schon vor einiger Zeit gesehen genau der Film kam nämlich schon 2016 in die Kinos von Xavier Dolan und lief damals auch relativ erfolgreich hat unter anderem glaube ich in Cannes die Goldene Palme gewonnen damals das was ich euch heute erzählen möchte geht im Grunde sogar nochmal ein paar Jahre weiter zurück nämlich basierte der Film eigentlich ursprünglich auf einem Theaterstück von Jean-Luc Lagars aus dem Jahr 1990 und das Theaterstück habe ich vor einigen Tagen im sogenannten Streamy Thursday im Schauspiel Zürich genauer im sogenannten Schiffbau einem alten schönen Fabrikgebäude in Zürich gesehen beziehungsweise nicht vor Ort sondern eben als Film gestreamt gesehen und mit meiner Besprechung will ich auch ein bisschen das Augenmerk auf ein Format legen was gerade jetzt auch in der in der Krise sich doch stark entwickelt hat wie ich finde nämlich das Streaming von Theater Performances und das geht mittlerweile weit darüber hinaus dass man irgendwie ein paar Standkameras hat die einfach ein Theaterstück abfilmen was man auch vor Ort sehen könnte sondern Ensembles an Schauspielerinnen und Schauspielern tun sich zusammen und spielen was für uns auf der auf der Bühne was wir dann live im Internet ob jetzt auf Zoom oder anderen Plattformen verfolgen können genau und einfach das Ende der Welt das wurde die Inszenierung hat Christopher Rüping gemacht man könnte auch sagen die Regie hat er gemacht weil er wendet sich ganz zu Beginn an die Zuschauerinnen und begründet erstmal warum er alles was er eigentlich mal vor hatte über den Haufen geworfen hat nämlich nicht irgendwie mit verschiedenen Kameras und Schnitt und Montage ein Theaterstück machen wollte sondern indem er nur eine Handkamera überwiegend dieses Stück aufzeichnen beziehungsweise uns sozusagen live zur Präsentation bringen lässt und das finde ich funktioniert wahnsinnig gut diese Idee wenn ich schon keine Interaktion mit einem Publikum vor Ort habe dass ich dann über diese Kamera die überwiegend von den Schauspielerinnen und Schauspielern selbst geführt und gehalten wird wie da eine Art von von Spannung aufgebaut wird und auch eine Interaktion mit Leuten die halt dann vorm Bildschirm sitzen und sich das Stück angucken das fand ich war sehr faszinierend jetzt habe ich sehr viel zur Machart gesagt aber ich will natürlich jetzt auch auf die eigentliche Handlung des Films wie ich es nenne eingehen einfach das Ende der Welt ist ein Familienstück es ist im Grunde ein Kammerspiel wo wir die bürgerliche Kleinfamilie sehen wir sehen insbesondere Louis einen den Sohn der ist in den 30ern würde ich sagen und Louis kommt nach Hause und wo das zu Hause ist das ist eigentlich gar nicht so wichtig man merkt er reist aus der aus der Großstadt an und es ist gar nicht so leicht also er muss die letzte Etappe mit dem Taxi zurückleben also wir haben ganz klar gleich zu Beginn schon den Gegensatz zwischen Landleben oder halt ich sag mal abseits des Schusses Leben und der des urbanen Lifestyles und Louis war zwölf Jahre nicht mehr zu Hause was auch erstmal für jemanden der der Mitte 30 ist interessant ist und warum kommt er jetzt nach Hause er kommt nach Hause um seiner Familie zu sagen dass er sterben wird Louis hat eine tödliche Krankheit und damit ist fast alles gesagt die Themen liegen auf dem Tisch also wir verfolgen Louis dabei wie er einfach versucht zu kommunizieren dass er sterben wird wie wie nimmt man Abschied von seinem Leben aber natürlich auch von der Familie die einen geprägt hat und ich hatte schon gesagt zwölf Jahre war er nicht da man kann sich vorstellen wie spannungsreich diese Situation ist es ist ein Stück voller Widersprüche und voller Gegensätze also auf der einen Seite ich hatte das gesagt das Urbane versus das Ländliche natürlich das die Frage des Gegangenseins versus des Dagebliebenseins was durch die zwei Brüderfiguren kann man sagen verkörpert wird also Louis der als als Homosexueller der der mit seiner Umgebung nie zurecht gekommen ist in das urbane Leben vordringt zu einem bekannten Schriftsteller wie er wie dargestellt wird erfüllende Beziehungen geführt hat gegenüber seinem Bruder der halt eben da geblieben ist sich um die Familie kümmert eine eigene Familie aufgebaut hat und man man merkt es wird viel verhandelt in dem Stück die Frage dass inwiefern verstehen sich überhaupt diese unterschiedlichen unterschiedlichen Welten und inwiefern kann man da überhaupt miteinander noch kommunizieren spannend ist an dieser Frage natürlich wie löst man all diese Widersprüche auf wie wie geht das Ganze aus ich werde das hier jetzt nicht spoilern ich finde spannend dass der Film von Xavier Dolan und die Inszenierung von Christopher Rüping da sehr unterschiedliche Arten der Darstellung für wählen ob dann die Deutung hinterher nicht vielleicht sogar gar nicht so unterschiedlich ist das würde ich dann euch überlassen wenn ihr euch den Film angeguckt habt allgemein wollte ich mit der Besprechung auch ein bisschen den Blick da weiten spannend ist das Christopher Rüping zu Beginn die Frage stellt naja ein Theater ohne Publikum was ich mit der Kamera filme oder wo ich am Ende dann vielleicht sogar nur eine Standkamera hinstelle ist das überhaupt noch Theater genauso könnte man jetzt natürlich aufgrund meiner Filmbesprechung fragen ist das denn ein Film wenn ich eine Theater Aufführung mit einer Kamera aufnehme für mich zeigt sich genau unter anderem in so Stücken wie einfach das Ende der Welt wie hier diese verschiedenen Medien Film und Theater auf sehr produktive und kreative Weise auch zusammenkommen für mich eine der wirklich positiven Überraschungen des Jahres 2020 5 von 5 Punkten würde ich dafür geben die einzige Frage die jetzt noch bleibt ist im Grunde wie kann ich das ganze sehen soweit mir bekannt ist sind jetzt keine weiteren Streams von dem Stück selbst geplant also kann ich nur jeden und jeder auffordern das Schauspielhaus in Zürich anzuschreiben und zu sagen man hätte gehört dass ein wahnsinnig toller Theaterstream vorliegt und inwiefern man den denn zu Gesicht bekommen könnte für alle anderen den würde ich den Film von Xavier Dolin dann durchaus nochmal empfehlen passt jetzt ja auch zu Weihnachten ein Film über die bürgerliche Kleinfamilie definitiv kein Freudenfilm das heißt guckt ihn euch nur an wenn ihr danach auf durchaus auch eher nachdenkliche Gespräche und nicht gerade stimmungsaufheiternde Bilder eingestellt seid mir bleibt euch ein schönes neues Jahr zu wünschen kommt gut rüber gute Zeit ich freue mich auf euch und auf Filme in 2021 Hallo ich bin der Torben und ich möchte euch heute einen Film vorstellen der Anfang diesen Jahres ins Kino kam und meiner Meinung nach bei den Oscars etwas zu kurz kam obwohl er in einigen Dingen nominiert wurde die Rede ist von Jojo Rabbit der Film beginnt als skurrile Hitler Komödie weil wir sehen hier den Namensgeber Johannes Betzler also alias Jojo Rabbit der ein ziemlicher Angsthase ist aber ein begeisterter Hitler Junge er hat nicht sehr viele Freunde aber einen sehr speziellen nämlich Adolf Hitler höchst selbst und zwar nicht als der der seine letzten Tage im Führerbunker fristet sondern seine imaginäre Vorstellung von Hitler der ihm mehr oder weniger mit Rat und Tat zur Seite steht wie gesagt der Film beginnt sehr skurril und sehr bunt sehr schrill er hat mit Sam Rockwell und Alfie Allen und Rebel Wilson drei Schauspieler auch an Bord die ihre Rollen gut verstehen und sie auch unterhaltsam gestalten und hier spielt seine Mutti Scarlett Johansson als Rosi Betzler eine bei Schauspielerin kann man nicht viel Negatives sagen sie hat ja auch bei Marriage Story erwiesen dass sie auch durchaus Oscar reif kann und das beweist sie auch sie spielt sie spielt Part sehr gefühlvoll sehr eindringlich auch sehr charmant muss man sagen ist die einzige wirkliche Bezugsperson die Jojo hat sie wirkt auch noch ein Geheimnis aber zu viel möchte ich da eigentlich nicht verraten dafür sollte man sich den Film selbst ansehen jedenfalls es spricht Bände dass in diesen letzten Tagen des dritten reichs halt auch wieder kindersoldaten eingezogen werden wie es ja auch wirklich war und der kleine Jojo steht hier wirklich Parade Beispiel als Hitlerjunge aus Überzeugung für den es ganz toll ist der ein Held sein will der aber dermaßen unselbstständig ist dass er sich noch nicht einmal selbst die Schuhe zubinden kann und hier hätte man auch hier eine Hommage also wegen Tarantino der Mann ist ja bekennender Fußfetischist und deswegen will ich hier die Rolle dieser diese Skurrilität mit dem noch nicht einmal die Schuhe zu binden können noch mal ganz kurz hervorheben außer dass der Film eben überzeichnet ist nimmt er ab einer gewissen Stelle in der Schuhe eine zentrale Rolle spielen du siehst eine Szene darin und schon wird dem kleinen Jojo wie dem halben Kinosaal wirklich der Teppich unter selbigen weggezogen und ab da nimmt der Film die Rolle eines harten Kriegstramas an die sich trotzdem an Skurrilität und bitter schwarzem Humor dermaßen überschlägt dass dem Zuschauer wirklich das Lachen im Gesicht gefriert und man am Schluss da rausgeht und sich fragt ja was hab ich da gerade gesehen man kommt von der x-ten Hitler Verarsche oder Hitler Komödie eben zu einem Film der genauso beginnt aber einen dann auf einer ganz anderen Ebene neu abholt mich hat der Film damals als ich ihn gesehen habe sehr beeindruckt sehr bewegt Teiter Waitiki hat hier einen großartigen Film abgeliefert ich hoffe er macht weiter so man kann diesem Film eigentlich nicht viel vorwerfen klar man könnte jetzt ein kleines Fass aufmachen mit dass er viele Sachen verharmlost gerade im Sinne vom dritten Reich und so weiter gerade zu Beginn des Films aber wir sehen hier halt wie für den es alles noch ein Abenteuer ist der nichts vom Krieg weiß aber der dann wirklich auf den bitteren Boden der bitterbösen Tatsachen zurückgeholt wird und ja es bleibt einem hier wirklich das Lachen im Gesicht eingefroren es ist unglaublich was hier erzählt wird dabei ist es teilweise so herrlich skurril und beginnt dann doch anfangs sehr unschuldig wird dann immer überzeichneter immer bunter zum Teil auch und auch am Showdown es ist so absurd was man was man da zum Teil sieht auch eine Rolle eines Gestapo Offiziers der hier Mitte des Films auftaucht wo man auch schon so ein bisschen mitbekommt alles klar das wird hier auch nochmal eine andere Fahrtrichtung aufnehmen diese Rolle ist so ein weirder Creep der hätte auch echt einen Slenderman guten abgeben können aus so einem Film Leute seht euch den Film an ich kann es nur empfehlen wenn ihr was sucht dass ihr euch mal reinziehen könnt ist das wirklich eine Filmerfahrung die man mal durchaus sich geben kann in diesem Sinne bleibt gesund versucht irgendwie ins neue Jahr zu kommen heile und dann hoffentlich in Bälde hierher beim Tele-Stammtisch mit mir und den anderen Nasen bis dahin Hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe des Tele-Stammtisches Mein Name ist Lukas und ich habe heute die Ehre euch einen Geheimtipp bis Jahres 2020 mitteilen zu dürfen für manche wird das sicherlich kein Geheimtipp mehr sein doch ich denke dass der ein oder andere von diesem Film vielleicht noch gar nichts gehört hat oder schon was gehört hat aber sich nicht getraut hat diesen Film anzusehen und dabei handelt es sich um niemals selten manchmal immer dieser Film ist in Deutschland am 1. Oktober 2020 erschienen und so hatte man ungefähr einen Monat Zeit um den Film im Kino zu sehen das ist natürlich keine lange Zeit ich habe ihn leider auch nicht im Kino sehen können habe ihn im Nachhinein gesehen und das war ein Film der von dem ich nichts davor gehört hatte und der mich dann sehr sehr beeindruckt hat und zwar geht es in einem Film um die 17-jährige Autumn die im ländlichen Pennsylvania wohnt und die zur Schule geht die an sich ein ganz normales Leben führt vielleicht jetzt nicht die besten Familienverhältnisse hat und die irgendwann realisiert dass sie schwanger ist und beim Frauenarzt wird ihr dann erzählt wie genau sie damit umgehen soll doch von Abtreibung ist sie gar nicht die Rede doch als sie das dann nachfragt wird sie damit konfrontiert dass Abtreibung schlecht sei dass man das nicht machen darf und man merkt schon man ist da in dieser ländlichen Gegend ein bisschen konservativ alles und zusammen mit ihrer Cousine beschließt sie dann nach New York zu gehen weil dort Abtreibungen erlaubt sind und will diese fortführen lassen durchführen lassen das ganze klingt natürlich nach sehr hartem Stoff und ist es garantiert auch doch es lohnt sich der Film genretechnisch würde ich das als Drama oder Mumblecore einteilen und bei der Regisseurin handelt es sich um Eliza Hittman und man merkt sehr schnell in dem Film dass hier eine Frau am Werk war denn diese Feinfühligkeit an die man an dieses Thema herangegangen ist ist einfach fabelhaft das ist ein man hat hier ein schweres Thema und das wird so gut behandelt es werden Dinge gesagt die gesagt werden müssen aber es werden auch die Dinge nicht gesagt die nicht gesagt werden müssen und allgemein wird in dem Film gar nicht so viel geredet der Film läuft ein bisschen nach dem Motto Show don't tell und das funktioniert hier sehr gut der Film wird von sehr keiner psychedelischen Musik aber von einer sehr ambient lastigen Musik durchgehend unterstützt und gibt dem Film die ganze Zeit so einen sehr melancholischen Vibe und so einen nachdenklichen Vibe man befindet sich quasi immer in Autums Kopf man hat viele Einstellungen einfach von Autum wie sie im Bus sitzen wie sie laufen Blicke sehr lange Kameraeinstellungen und so befindet man sich quasi immer in Autums Kopf immer in Autums Seite und das funktioniert sehr gut was mich am meisten einfach an dem Film beeindruckt hat ist dass der Film dieses Thema Abtreibung aus verschiedenen Ansichten beleuchtet harsch kritisiert auf jeden Fall auch ohne jetzt irgendwie mitten in die Fresse zu sagen ja ihr seid dumm Leute die gegen Abtreibung sind sind schlechte Menschen furchtbare Menschen das wird nicht in dein Gesicht gesagt und es wird jetzt auch nicht so jetzt so einfach einfach dargestellt sondern der Film ist ein Film der eher zum Nachdenken anregt der einfach quasi den Ball so ins Rollen bringt und somit einen mal vielleicht in diese Thematik reinholt auch wenn man vielleicht selber mit dieser Thematik gar nichts zu tun hat aber das ist trotzdem eine interessante Thematik mit der man sich auf jeden Fall mal auseinandersetzen sollte und ich hatte davor auch nicht viel damit zu tun doch der Film hat wirklich was in mir angeregt und der Film hat mich noch lange Tage begleitet und ich glaube dass jeder der sich auf diesen Film einlässt auch begleitet wird durch diesen Film weil er es einfach sehr gut macht er lässt auch Dinge offen also man kann sich seinen Teil denken es ist sehr viel im Subtext versteckt und das macht das Ganze so genial und ich kann es dem nur ins Herzen legen sich diese Erfahrung zu machen denn der Film ist einfach sehr gut gemacht er ist wunderschön gefilmt die Musik ist wunderschön man hat eine sehr gute Schauspielerin die Hauptdarstellerin Sydney Flanagan macht einen wirklich unfassbar guten Job indem sie uns in ihre Gedankenwelt reinholt in ihr Leben reinholt und uns an ihrem Leben teilhaben lässt und wir einfach auch an diesem Leben teilhaben wollen es interessiert einen man will wissen was passiert man will mehr über diese Person wissen diese Person ist einfach auch sehr verschlossen und gibt einem nicht so viel man hat immer trotzdem ein bisschen Distanz aber auch diese Nähe gleichzeitig ist ein bisschen paradox aber es funktioniert wahnsinnig gut der Film geht keine zwei Stunden und ist deswegen ein guter Watch ist es vielleicht nicht so der Sonntagabend Film aber es ist auf jeden Fall ein Film wenn man sagt okay ich will mal ein bisschen was Tiefgründigeres ich will mich mal ein bisschen mein Kopf so mal ein bisschen angeregt werden dann ist das auf jeden Fall der perfekte Film und ich kann es nur jedem empfehlen diesen Film zu sehen wer es verpasst hat wartet bis man sich den irgendwie einfach leihen kann bis den vielleicht läuft ja nochmal im Kino weil er jetzt nur so einen kurzen Kino start garantiert lohnen es ist keine verschwendete Zeit und ja das ist schon alles was ich zu diesem Film zu sagen habe ich hoffe dass ich euch einen guten Filmtipp geben konnte und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Rutsch ins Jahr 2021 was hoffentlich besser sein wird und dann hören wir uns nächstes Jahr zu vielen hoffentlich wunderbaren Neuerscheinungen macht's gut Hallo und herzlich willkommen mein Name ist Kathi und ich möchte euch heute ebenfalls meine Lieblingsfilme aus dem Jahr 2020 vorstellen nämlich Hamilton Hamilton ist eigentlich ein Broadway Musical geschrieben komponiert und eigentlich so ziemlich alles hat Lin Mann und Miranda gemacht und der Film ist eigentlich eine Aufnahme der Broadway Show und seit Juli bei Disney bloß im Programm und Hamilton erzählt die Geschichte von einem der Gründungsväter Amerikas nämlich Alexander Hamilton wie er nach Amerika gekommen ist seinen Kampf im Unabhängig als Krieg gegen England und danach seine politische Karriere seine Intrigen seine Freunde und sein Leben bis hin zu seinem Tod und der Film ist direkt von der Broadway Bühne im Prinzip abgefilmt das sind glaube ich zwei Liveaufnahmen und einige Aufnahmen ohne Publikum für die Großaufnahmen und um ehrlich zu sein wie die Ankündigung kam dass Hamilton auf Disney bloß erscheinen wird war mir irgendwie klar dass das mein Lieblingsfilm dieses Jahr werden wird weil der Soundtrack bei mir im Freundeskreis schon seit Jahren rauf und runter läuft und ich die Lieder echt cool finde und auch coole Erinnerungen an manche von den Liedern habe wenn wir unterwegs waren oder so ja deswegen hatten wir alle anderen Filme das ja nicht wirklich eine Chance und ich habe den Film auch seit Juli ungefähr fünf oder sechs Mal gesehen also ja und obwohl ich sehr sehr große Erwartungen dadurch auch an den Film hatte weil ich halt wissen wollte wie wurde das umgesetzt was ist eigentlich weil das ist mühlich konzipiert und dadurch auch auf der Bühne zu sehen wie wirken die Lieder auf der Bühne wenn man nicht nur den Soundtrack hört finde ich in meinen Augen dass der Film total gelungen ist wie gesagt ich finde die Lieder und der Soundtrack sind genial sie sind keine typischen Musical Lieder was mich auch nicht stören würde aber es ist sehr viel im Stil von Rock Rap und Hip Hop zu meinen Favoriten da gehören Aaron Burr's Sir wo es um das Treffen zwischen Hamilton und seinem späteren Freund und dann find Aaron Burr geht dann Wait For It was eine meiner Meinung nach der wichtigste Charakterentwicklungen von Aaron Burr ist da erfährt man auch warum die Freundschaft irgendwann nicht mehr gehalten hat und sie in Feindschaft umschwingt weil halt Hamilton und Burr von ihren Charakters synodal unterschiedlich sind und dann vor allem inszenatorisch Helpless beziehungsweise Satisfied wo in Helpless geht es darum wie Alexander Hain und seine Frau Elisabeth Skyler kennenlernen und ihre ältere Schwester die Angelica stellt sie aneinander vor und ist Satisfied geht es dann darum dass die Angelica eigentlich auch gerne den Hamilton als Mann hat und ihr Konflikt darin und damit komme ich schon zu meinem nächsten Punkt worum ich den echt genial finde es ist einfach ich weiß dass es Müssel konzipiert worden ist dass es stattfindet aber diese Bühne was man mit wenigen Ressourcen machen kann ist echt erstaunlich die Bühne besteht im Prinzip aus einem Rundgang links hinten und rechts und in der Mitte ist halt die Bühne mit der Drehscheibe und wie gesagt hängen Helpless und Satisfied das Lieder zusammen also einmal geht es halt wie Elijah Hamilton kennenlernen dann dass Angelica ihn eigentlich auch gerne hat und die zwei Lieder sind hintereinander und da geht das ganze Spiel von dem Ball und am Anfang sieht man halt wie sie sich kennenlernen und dann läuft das alles nochmal rückwärts ab also die Scheibe dreht sich rückwärts und die Schauspieler gehen auch rückwärts und dann fängt man am Anfang an und sieht das alles aus einer anderen Perspektive und wie man auch wie man so viel dastehen kann und so viele Sachen klar machen kann ist echt erstaunlich und der Cast ist durchgehend genial mein Highlight ist Jonathan Croft als King George der König von England zu der Zeit und der singt zum Beispiel der hat nur drei Auftritte aber immer wenn er auf der Bühne steht stiehlt er auf allen anderen die Show und der singt dann darüber dass er halt logisch nicht will dass sich Amerika von England abspaltet und das sind aber im Prinzip Trennungslieder also dass er singt ja wird schon wieder kommen und ohne mich können sie sowieso nicht und das ist echt genial und was ich auch ziemlich cool finde sind die Inszenierung der Cabinet Meetings zwischen Jefferson und Hamilton das nämlich als Rap Battle inszeniert wo sie halt gegenseitig sich ihre Argumente vortragen ja und ich kann verstehen dass wenn man keine Musicals mag und absolut keinen Bock auf Musicals hat dann wird Hamilton das auch nicht ändern es sind zwar nicht die typischen Musical-Lieder aber es ist halt trotzdem Musical es spielt alles auf einer Bühne und die Inszenierung ist halt trotzdem Musical-Theater-like aber wer auch nur die geringste Affinität für diese Art von Musik für amerikanische Geschichte oder für Musicals hat der hat sollte ihr mit auf jeden Fall eine Chance geben und sich das mal anschauen das war's von mir schöne Feiertage einen guten rutschens Neujahr und wir hören zum nächsten Mal danke und tschüss Hallo hier ist der Andi beim Tele-Stammtisch ich wollte euch nun zum Ende des Jahres auch noch einen 2020 Filmtipp geben den ihr vielleicht verpasst habt dieser Film kam wie nicht viele dieses Jahr sogar im Kino aber nur für kurze Zeit er lief letztes Jahr schon auf den Filmfestspielen in Cannes oder Venedig keine Ahnung war der Eröffnungsfilm es handelt sich um La Verité von Hiroka Sukureeda meinem Lieblings Regisseur aus Japan ich kenne nicht so viele auf jeden Fall wird er da schon als neuer Meisterregisseur gehandelt trotzdem ist er hier noch nicht so bekannt man könnte ihn von Shoplifters kennen einem Film der 2018 die Goldene Palme in Cannes Venedig ich bring das immer durcheinander gewonnen hat aber meiner Meinung hat er davor schon grandiose Filme gemacht ich habe ihn das erste Mal gesehen mit dem Film Nobody Knows dann aber noch in Like Father Like Son ein super Film tolle tolle Filme gemacht da geht es immer so ein bisschen um Familie es handelt sich auch immer meistens um so Unterschicht und soziale Konflikte um soziale Ungerechtigkeiten und so weiter grandios jetzt klingelt mein Handy hier aber das stört euch hoffentlich nicht der neue Film handelt nicht so sehr von jetzt reicht es sozialen Missständen denn es handelt sich um eine sehr wohl situierte Familie um die sehr bekannte Schauspielerin Catherine Deneuve spielt in dem Film eine sehr bekannte französische Schauspielerin von Meta und ihre Tochter gespielt von Juliette Binoche kommt zu Besuch denn die Mutter hat ihre Memoiren veröffentlicht und die Tochter und die Mutter haben nicht so das beste Verhältnis und sie will sie ein bisschen dann konfrontieren dass in diesen Memoiren doch relativ viele Unwahrheiten stehen denn sie beschreibt sich dort als fürsorgliche Mutter und als liebevoll und so weiter dabei ist sie eigentlich eine ziemlich zickige sarkastische böse Frau kann man sagen und das spielt Catherine Deneuve so großartig also es macht super viel Spaß ihr dazu zu schauen wie sie mit sehr viel Selbstironie halt diese alternde Hollywood in dem Fall französische Hollywood Diva wie nennt man das französische Diva Schauspiel Diva genau großartig generell Schauspieler sind eh super Juliette Binoche macht das auch super Ethan Hawke ist noch dabei als Ehemann der immer nicht so richtig versteht worum es geht weil er Ami ist und nicht so gut französisch kann und ja da immer ein bisschen verarscht wird auch weil er so ein zweitklassiger Fernsehschauspieler ist und ihn Fabienne also gespielt von Catherine Deneuve nicht so richtig ernst nehmen kann das ist alles sehr munter und sehr heiter es gibt aber auch es wird ziemlich düster bei einem gemeinsamen Familienessen wird da so eine die Vergangenheit angesprochen es wurde nämlich zum Beispiel es geht öfter um eine Frau namens Sarah die wohl auch Schauspielerin war da will ich jetzt aber nicht zu viel verraten es wird auf jeden Fall ziemlich fies irgendwann mal aber trotzdem würde ich den Film jetzt der ganzen Familie empfehlen also es geht schon auch mal um ernstere Themen aber doch doch ist er sehr heiter und sehr lustig gerade durch Catherine Deneuve außerdem spielt Catherine Deneuve im Film gerade noch in einem Film mit in einem Science Fiction Film in dem sie eine Tochter spielt von einer Mutter die wiederum nicht altern kann und so das klingt alles mega kompliziert auf jeden Fall aus diesem Setting entspinnen sich da ganz tolle Dialoge die dann wiederum sich auf die Beziehung von ihr zu ihrer eigenen Tochter übertragen lassen das ist auf jeden Fall super clever geschrieben und so also es ist ein sehr ruhiger Film darauf muss man sich einstellen und einlassen aber sonst ich finde den super genial ich finde den lustig grandios besetzt die Musik ist auch toll auch wenn sie nur spärlich eingesetzt ist aber ach der zeigt wieder dass es einfach kann guter Mann toller Film für die ganze Familie es geht auch ein bisschen um Weihnachtsfilm es geht um Verzeihen um Vergeben in der Familie und so weiter es ist ein schöner Film und schaut euch nicht nur den an sondern schaut euch auch noch Like Father Like Son Still Walking Shoplifters und noch mehrere Filme von Hiroka Sukureeda der Mann ist ein guter Mann und jo dann wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest einen guten Rutsch in ein hoffentlich schöneres Jahr 2021 und wir hören uns bei vielen weiteren Filmkritiken im nächsten Jahr beim Tele-Stammtisch ciao Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Tele-Stammtisch hier ist der Dom und ich habe die Ehre diesen ja schon irgendwo Jahresrückblicks Podcast mit meiner persönlichen Empfehlung aus dem Jahr 2020 zu beschließen das Jahr 2020 ja was soll man dazu noch sagen es ist für mich tatsächlich ein bitter süßes Jahr gewesen vielleicht sogar so ein bisschen die Waage für viele war es wahrscheinlich eher bitter als süß und ich habe lange hin und her überlegt denn es war kein schlechtes Filmjahr es gab Highlights die fast ausschließlich für mich dieses Jahr auf Streaming-Diensten liefen da wären zum einen Meng und The Devil All The Time oder natürlich der großartige I'm Thinking of Ending Things von Netflix und zum anderen Soul jetzt ganz frisch aber letzten Endes habe ich mich dann doch für einen Film entschieden der mir lange im Gedächtnis geblieben ist obwohl es um das Vergessen und auch die Vergänglichkeit geht zwei Dinge die im Jahr 2020 aus meiner Sicht in verschiedensten Formen wieder an Relevanz gewonnen haben und obwohl ich diesen Film bereits im Februar sehen durfte ist er mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben und deshalb möchte ich ihm heute in aller Kürze die Ehre erweisen und darum geht es jetzt um Memorabel aus dem Jahr 2019 ein Film den ich sehen durfte im Rahmen eines Specials wo ich zusammen mit den Kollegen Till und Schlogger liebe Grüße an die liebe Schlogger sehen durfte wir durften nämlich im Vorhinein die nominierten sowohl für den besten Kurzfilm als auch den besten animierten Kurzfilm für die diesjährige Oscar Verleihung in Augenschein nehmen und auch wenn dieser Film hier mein absoluter Favorit war hat er sich leider nicht durchsetzen können gegen Hair Love von Sony aber das soll dem ganzen keinen Abbruch tun sich Memorabel anzusehen Memorabel war nominiert als bester animierter Kurzfilm und handelt von folgendem er handelt von dem Maler Louis der mehr oder weniger schon ein Greis ist und dessen Frau Michelle eines Tages feststellt naja dass er den Salzstreuer nicht mehr findet und unter anderem auch eine Banane mit Schale essen will und so nach und nach stellt sich heraus ja ihr Mann hat Alzheimer und der Film thematisiert das Ganze größtenteils aus seiner Sicht in einer sehr eigenen Stilistik ihr seht es ja vielleicht jetzt hier schon am Titelbild wenn ihr mal darauf achtet das Ganze ist nämlich realisiert worden mit Puppen die zumindest an der Oberfläche aus Latex Schaum bestehen und die stilistisch sehr an Gemälde beispielsweise von Vincent van Gogh erinnern das hat alles etwas sehr eigenes eben ja zu sehen wie der Verstand eines Künstlers und dessen Wahrnehmung sich bizarr verformen und dann nach und nach auflösen und das eben auch in dieser künstlerischen Art und Weise ein visuell unglaublich berauschend schöner Film über das Vergessen über die Vergänglichkeit mit teils bizarren Verformungen von Personen Gegenständen etc und doch wahnsinnig einfühlsam schön gespielt es ist ein bisschen so als würde man den Plot von Liebe von Michael Haneke variieren mit der Stilistik von Filmen wie Anomalisa oder Loving Vincent kombinieren und das ganze präsentieren in der Art und Weise des Prologs von Disney Pixar oben und das funktioniert einfach wunderbar und nicht nur weil ich vor einigen Jahren selber meine eigene Oma an ja Demenz erkrankt verloren habe hat mich dieser Film tatsächlich wirklich tief berührt es ist ein wirklich wunderschöner Film visuell er trifft genau diese bittersüße Note die das ganze hat ohne jemals irgendwie zu übertreiben in eine Richtung oder manipulativ einzugreifen es ist ein wahnsinnig schöner Film er geht nur 13 Minuten und trotzdem sind mir diese 13 Minuten nachhaltig wie gesagt im Gedächtnis geblieben und haben für mich womöglich auch den schönsten Filmmoment dieses ja kann man das Kino ja nennen hervorgebracht und deswegen eine ganz dicke Empfehlung und da ist leider dann auch noch mal die bittersüße Note dieses Films denn man kann ihn tatsächlich momentan nirgendwo sehen ich habe sogar extra für euch im Vorhinein alles mögliche durchforstet YouTube Vimeo und wie sie alle heißen und er ist tatsächlich nirgendwo zu finden gut auf Vimeo vielleicht gegen ja ein kleines Entgelt das kann ich jetzt leider nicht so genau sagen aber wenn der euch irgendwo mal unterkommen sollte egal wo nehmt euch diese 13 Minuten Zeit es lohnt sich wirklich und dieser Film wird nicht nur wegen seiner visuellen Pracht sich ins Gedächtnis brennen das kann ich versprechen denn das dürfte eigentlich nahezu niemanden kalt lassen und und dass dieser Film mir nicht ausgezeichnet wurde sondern stattdessen Hairlove von Sony den ich bei weitem auch nicht schlecht fand aber gegen diesen eindeutigen Favoriten hier aus Frankreich konnte er einfach nicht ankommen ja und das war es dann auch schon wieder von mir ich hoffe ihr schaut euch memorabel an sobald er mal irgendwo verfügbar sein wird es lohnt sich wirklich ich bedanke mich an dieser Stelle auch im Namen des ganzen Telestammtisch Teams für diejenigen die uns weiterhin die Treue halten in dieser ja unfreiwilligen saure Gurkenzeit wobei man sagen muss dass wir ja keine schlechte Filmauswahl haben man muss nur eben nach suchen und ich hoffe dass wir dabei auch weiterhin einen guten Job machen und auch noch machen werden für alle die es hören wollen die auch mal abseits der üblichen Pfade schauen aber eben halt auch sowohl gucken was wir auf den Streaming Diensten los ist als auch vielleicht ein paar Geheimtipps wie eben sowas hier dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig euch einen guten Rutsch in ein hoffentlich frohes neues Jahr 2021 zu wünschen macht das Beste draus bleibt gesund bleibt zu Hause und wünscht euch einfach wenn ihr irgendwie beim Bleigießen oder was auch immer seid dass dieses Jahr 2021 das kommende Jahr 2021 nicht der kleine geschweige denn der große Bruder von 2020 wird und damit melde ich mich ab ein Cinefieler schickt seine Grüße und wünscht einen guten Rutsch ins neue Jahr so wie ich jetzt auch dann grüße ich hiermit den armen Wicht der das zusammenschneidet hallo Wicht und fang an hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch wir besprechen heute den Film mein nein also das klingt ein bisschen komisch irgendwie aber es ist Mine 9 quasi übersetzt das ganze stopp jetzt bin ich raus lasst einfach laufen ich mach nochmal von vorne fuck hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch wir besprechen heute den Film Sebastian springt über Zäune über Geländer über Geländer dann machen wir das nochmal dann mal herzlich willkommen zum Telestammtisch gut ich hab's euch gesagt heute erstmal alle die Aufnahme so jetzt läuft die Aufnahme meine läuft eure läuft auch okay ja wie deine Aufnahme läuft nicht läuft läuft jetzt läuft ein belegtes Brot mit Schinken Quatsch geht das doch was denn jetzt ein belegtes Brot mit Schinken Schinken ein belegtes Brot mit Ei Ei Paulus hast du jetzt verkackt nochmal was muss ich denn machen du musst auf Schinken und Ei ach so alles klar ein belegtes Brot mit Schinken Schinken ein belegtes Brot mit Ei Ei Schultgefühle ihrer Mutter gegenüber weil sie ihre Mutter in der in dem sozialistischen langsam in der sozialistischen Sowjetunion mein Gott ist das ein Satz sozialistischen Sowjetunion genau wie sich aus dem Namen abdenken lässt oder denken lässt das ableiten danke nochmal ganz kurz wie gesagt also mich persönlich als Mediziner regt es auf wenn ich da sehe dass da eine Amplifikation von der DNA innerhalb von fünf Minuten stattfindet und am nächsten Tag darf ich mir dann wenn die Folge dann offiziell ausgestrahlt wurde anhören warum dauert mein PCR Test für das Coronavirus so lange ja weil das verfickt nochmal Entschuldigung Andi da musst du da eventuell rausschneiden weil das nun mal eben nicht in so einer Sci-Fi-Serie spielt unsere Realität sondern weil das nun mal auch Zeit braucht und komplex ist und nicht so einfach ist gut ansonsten hast du noch etwas was du jetzt unbedingt zu diesem Film ansprechen möchtest oder möchte die Bohrmaschine im Hintergrund noch was sagen ich glaube mein Nachbar möchte was sagen Kellerschlüsseln aus falls ihr ihn und wir gehen fast dadurch gleich zum nächsten Western Klischee über die oh mein Mikrofon ist gerade ein wenig so besser gelingt ihm nicht immer das liegt vor allem daran der ist zum Beispiel auch in dem nächsten Film der Russebruders Cherry zu sehen und hat davor auch einiges schon abgeliefert Verzeihung Entschuldigung das schneit man dann einfach raus an der Stelle sorry bei mir ist hier gerade die Katze durchgedreht tut mir leid ich mochte die Affenfolge mir sind Affen egal so jetzt habe ich es gesagt die Affenfans bitte schickt mir Hasskost mir egal genau worauf warten wir ich weiß es nicht hast du schon dass du sagst dass du auch auf Rekord gedrückt hast ich sag nichts mehr weil ich schon auf Rekord gedrückt habe ach so okay gut dann ja wer macht was stopp schicken wir jetzt dem Top eine kurze Zusammenfassung der Realitäts Ironie ja willst du mal moderieren Eva moderieren gleich ja mach doch mal einfach den ersten Satz sagen hallo und herzlich willkommen zum Tele-Stamm-Tisch falsch ganz falsch ganz falsch hallo herzlich willkommen und hallo zum Tele-Stamm-Tisch auch falsch grüß Gott liebe Leute grüß und klein am Land und in der Stadt ich glaube wir hatten noch nie so einen guten Einstieg wirklich noch nie sagen wir es oder sagen wir es nicht ja hier ist heute der ist du hallo ist du äh hallo ach wir fangen schon an okay hallo wir fangen noch seit fünf Minuten an ich kann auch noch mal stopp machen nö 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 ich muss mir nicht anhören es ist wie ein wie ein Live-Kabarett das wir jetzt gerade aufführen hallo Max so selbst wenn ich jetzt schon sagen dass ihr hallo sagt ja hallo Eva grüß dich hallo ich wurde ja schon genau hingeführt an euch an uns zueinander sehr geehrte meine Damen und Herren ladies and gentlemen wertes Publikum vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit und ihre Zeit wenn Ihnen gefallen hat was wir heute gehört haben empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde Bekannte und Verwandte an jeden von denen Sie glauben unserer Podcast gehört genau um deren Ohren wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback das Sie gerne verlassen können auf den Social Media Plattformen wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de da gibt es Kommentarfunktionen bitte nutzen Sie die Bitte und bewerten uns auch noch wir sind ein Podcast der von seinen Bewertungen lebt gehen Sie auf Apple Podcast auf podcast.de auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen auf denen man Podcasts bewerten kann und bewerten Sie uns das wäre total toll wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben dann nutzen Sie doch die Gelegenheit uns via Paypal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen die Sie in den Shownotes finden vielen Dank und bis zum nächsten Mal ciao